Um dein Bügelbild mit dem Bügeleisen anzubringen, lege ein Tuch oder einen Bezug auf einen festen Untergrund. Platziere dein T-Shirt faltenfrei und lege die Bügelfolie auf. Kontrolliere die Positionierung. Wenn sie dir gefällt, lege ein Backpapier auf und drücke das Bügeleisen mit deiner ganzen Kraft auf. Bleibe dabei für einige Zeit auf der gleichen Stelle und wechsel dann auf die nächste. Wichtig ist, nicht über das Bild zu wischen, sondern mit Druck aufzubügeln. Lass dein Bügelbild fünf Minuten auskühlen. Versuche dann vorsichtig die Folie zu lösen. Wenn du merkst, dass die Folie sich an einer Stelle noch nicht lösen lässt, ziehe nicht weiter, sondern bügel noch einmal nach. Lass die Folie wieder fünf Minuten auskühlen. Überprüfe, ob sich die Folie nun abziehen lässt. Wenn sich die ganze Folie lösen lässt, lege noch einmal das Backpapier auf und bügle mit etwas Druck nach. Jetzt ist dein Motiv fixiert. Jetzt ist dein Motiv fixiert. Untertitelung des ZDF, 2020